Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkarfs und willkommen zu einer neuen Folge über einen Panzermann des Panzerregimentes 35 Bamberg. Ich habe das große Glück, dass der Hans-Jürgen Zeiss, der die Seite der Kameradschaft Panzerregiment 35 betreibt und unterhält, mir erlaubt hat, den ein oder anderen Bericht von Panzerleuten und auch Gefechtsberichte zu nutzen, um hier dieser ganzen Sache ein bisschen Leben einzuhauchen. Die Seite findet ihr in der Verlinkung, da könnt ihr auch selber mal stöbern, ist wirklich gut gemacht und sehr, sehr interessant, welche Soldatenberichte und Gefechtsberichte dort zu finden sind. Heute geht es aber tatsächlich um den Oberfeldwebel Hermann Bix. Die Panzeraffinen unter euch werden natürlich gleich wissen, wer das ist, also ein Oberfeldwebel, der im Panzerregiment 35 seine Meriten verdient hat und bis zum Ende des Krieges auch noch sehr hoch dekoriert wurde. Der Bericht, den habe ich mir jetzt mehrmals durchgelesen und ich muss sagen, dieser Bericht ist jetzt nicht nur, ich bin an die Front gefahren, habe da alles kaputt geschossen und los ging es, sondern er beleuchtet auch sehr gut die Kampfgemeinschaft der Besatzung oder die Kampfgemeinschaft der Besatzung, wie man sich gefühlt hat, wie das alles war, das ganze Zusammenspiel, wann es vorwärts ging, wann es rückwärts ging, wie es mit den Vorgesetzten war und also einen tiefen Einblick, was man oftmals aus Gefechtsberichten nicht so raushört. Natürlich auch der ein oder andere Bericht, wo er erfolgreich gekämpft hat an der Front oder auch manchmal nicht erfolgreich gekämpft hat, das macht das, finde ich, ganz besonders. Deswegen würde ich sagen, bevor ich hier noch im Voraus Sachen erzähle, die nachher in dem Bericht zu hören sind, steigen wir dort mal ein. Natürlich habe ich nicht wieder dieses ganze Video mit Fotos vom Panzerregiment 35 unterlegen können, deswegen kann das auch sein, dass da mal andere zwischengerutscht sind, aber es geht ja eigentlich mehr um das visuelle Verständnis für die Panzerei. Kleinen Nachklapp habe ich noch für euch, es sind ja schon einige von euch Kanalmitglieder geworden, ihr seht ja immer diese eingeblendete Geschichte, werdet Kanalmitglied und bekommt die Videos werbefrei. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere das auch noch wird, also Kanalmitglied. Damit unterstützt sie natürlich den Kanal mit den 1,99 und ihr kriegt natürlich alle Videos dann werbefrei. Das soll es gewesen sein für die Anmoderation, jetzt mit dem Oberfeldwebel Hermann Bix an die Front und los geht's. Als ich am 10. Oktober 1914 in Strelitz Kreis Namslau, Schlesien geboren wurde, kämpfte mein Vater schon irgendwo im Raum mit Brest-Litovsk in einem schlesischen Landsturmregiment. Da er im August 1915 fiel und in der Zwischenzeit nicht zu Hause war, wusste er wohl von meinem Dasein, doch es war ihm nicht vergönnt mich jemals zu sehen. Ich teilte so das Schicksal vieler meiner Schulkameraden, die ebenfalls ihre Väter in Russland verloren und sie nie gesehen hatten. Meine Mutter erzählte uns in den ersten Nachkriegsjahren sehr oft vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges, von der Begeisterung des Volkes, aber auch von dessen Ernüchterung, als dann später fast täglich im Ort die Nachrichten vom Heldentod der Väter und Söhne eintrafen. Noch heute sehe ich meine Mutter, wie sie mit zerquetschten Tränen, die sie uns Kindern gegenüber unterdrücken wollte, erzählte, wie alle bedrückt waren über die schon zur Gewohnheit gewordenen Briefe. Ich bedauere ihnen mitteilen zu müssen, dass ihr Mann, ihr Sohn usw. für Volk und Vaterland den Heldentod fand. Ich versuche mir manchmal ein Bild von den Schlachtfeldern zu machen und von der Weite des russischen Raumes, doch wie wäre mir damals der Gedanke gekommen, selbst jemals mit einem Panzer über die Felder jener Gegend zu rollen, in deren Erde mein Vater und die Väter meiner Heimat die letzte Ruhe fanden. Ich war der jüngste von fünf Geschwistern. Meine Mutter musste uns fünf ganz alleine auf sich gestellt groß ziehen. So wie sie es schaffte, wie sie für uns sorgte unter eigenen Entbehrungen, war es beispielhaft für eine Kriegswitwe. Nie hörte ich meine Mutter über den Staat schimpfen, der ihr ja durch den Krieg den Mann genommen hatte. Strelitz lag nahe der polnischen Grenze, die nach dem Abtreten des Reichtaler Ländchens nach dem Krieg neu gezogen wurde. In meiner Heimat, gerade im Grenzgebiet, wurde der Vaterlandsgedanke stets gefördert und gepflegt. An besonderen Gedenktagen wurden Kundgebungen abgehalten, wobei stets daran erinnert wurde, nicht das Reichtaler Ländchen zu vergessen, das uns geraubt wurde und mit Begeisterung sangen wir bei solchen Anlässen vaterländische Lieder. Auch unsere Lehrer verstanden ist, uns die Liebe zur Heimat ins Herz zu legen. Dazu trug noch bei, dass die zurückkehrenden Soldaten trotz des verlorenen Krieges als Helden bei ihrer Ankunft im Dorf geehrt wurden. Gerade die Liebe zum Vaterland, die uns Kinder so ins Herz gesenkt wurde, war es wohl, die mich später durchhalten ließ und mich stark machte, als Soldat auch in schwerster Stunde zu bestehen. Schon als Lehrling war ich vom Soldatenleben begeistert und wollte immer freiwillig dazu. Doch ich war mit meinen 1,55 zu klein und eine Bewerbung wäre aussichtslos gewesen. Als aber 1935 die Wehrpflicht eingeführt wurde, nahm man auch kleinere Bewerber und ich war am 28.10.1935 sofort dabei. Soldat im Frieden Am 28.10.1935 wurde ich zum Panzerregiment II Eisenach eingezogen. Ich war stolz als einer der ersten aus unserem Ort gezogen worden zu sein und noch dazu zu einem Panzerregiment. Niemand hatte damals ein Schimmer, was einen Soldaten dort erwartet, denn es war ja was ganz Neues. In Eisenach diente ich bis 1938 und kam, nachdem unser Regiment am Einmarsch Sudetenland teilgenommen hatte, im Oktober 1938 zum Panzerregiment 35 nach Bamberg. Als Berufssoldat verpflichtete ich mich nach einem Jahr meiner Dienstzeit. Ich war vorwiegend als Ausbilder tätig, lernte den Panzer noch in seinen Kinderschuhen gründlich kennen mit all seinen Schwächen und Krankheiten. Wie freuten wir uns, als unser alter Panzer 1 vom 1A später vom Jumbo 2cm abgelöst wurde und noch später gar vom P3 und 4. Nun glauben wir den stärksten Panzer der Welt zu haben. Erst später sollte sich herausstellen, wie sehr wir uns getäuscht hatten. Da ich ein sehr guter Sportler war leitete ich beim unoffiziers Lehrgang den Sport, spielte selbst Handball in der Regimentsmannschaft und siegte bei Boxwettkämpfen mehrfach, was mir oft einige Tage Sonderurlaub einbrachte, wenn auch dieser mit blauen Augen genommen werden musste. Wenn meine Dienstzeit im Frieden und gerade hier als junger Recruit hatte ich das Glück ausgezeichnete Vorgesetzte zu haben, ganz gleich welchen Dienstrang ist. Natürlich gab es Ausnahmen, die aber bald erkannt wurden und an denen sich kaum einer ein Beispiel nahm. Das Vorgesetztenverhältnis wurde streng gewahrt, aber in hervorragender Weise. Wenn auch der Dienst sehr streng und hart war, so spürte man stets die Fürsorge für die Untergebenen und ein richtiges Herz, wenn Dienstschluss war. Ich erinnere mich noch gut an meine ersten Chefs und Kompanieoffiziere wie Hauptmann von Trabig Wächter, Oberleutnant von Harling und Leutnant Berger und Cramont sowie Leutnant Schröder. Sie alle verstanden es vorbildlich uns Mensch und Soldat in gleicher Weise zu sein. Besonders die Weihnachtsfeiern im Kompanierahmen wurden für mich in schönster Änderung bleiben. Meine Haupttätigkeit im Frieden war Meldefahrer, also Kradmelder und Staffelführer. Die Ausbildung ging oft bis an die Grenze des Belastbaren eines jungen Menschen. Harte Ausbildung betrachteten wir als Drill und ich bin heute überzeugt, dass wir im Kriege niemals all die Strapazen hätten ertragen können, sondern auf der Strecke geblieben wären, wenn wir nicht eine solche Härte genossen hätten. So waren wir als der Krieg 1939 aussprach, sowohl körperlich dafür gestählt als auch waffenmäßig gründlich ausgebildet. Die Liebe zum Vaterland, der Zusammenhalt der Truppe und die Gewissheit nun als Soldat seinen Eid einlösen zu müssen ließ uns am 01.09.1939 das uns fast unvorstellbar erscheinende Leichte ertragen. Es war keine Begeisterung zu spüren, auch kein ausgesprochener Hass gegen Polen oder dessen Volk. Wofür wir damals eintraten war unser Danzig zurück zu bekommen und die im Ersten Weltkrieg abgetrennten Gebiete. Welche Ziele Hitler hatte wusste damals der kleine Soldat noch nicht. Die Kriegsjahre Den Feldzug in Polen und Frankreich machte ich ohne Unterbrechung und ohne verwundet zu werden im Panzerregiment 35 mit und zwar als Kompaniemelder. Ich sah mir sozusagen den Panzerkrieg von außen an und dies war nicht ungefährlich mit dem Solokrad im Angriff zwischen den Panzern zu fahren. Machten diese plötzlich bei Gefahr die Luken dicht, blieben die Melder ohne Schutz allein auf sich gestellt draußen und konnten im Stillen nur beten, dass ihnen die Kriegsgöttin Holt bliebe. Der Weg des Regimentes ist von der anderen Seite aus hinreichend bekannt, so dass ich hierauf nicht einzugehen brauche. Wir lagen schon am 9.9.1939 vor den Toren Warschaus und in Frankreich erlebten wir die Kapillation im Raum südlich Viren. Wenn es auch in Frankreich für uns so manche harte Nuss zu knacken gab, erschien uns später dieses Knacken im Vergleich zum Kampf mit dem Russen weniger schwierig und hart. Da ich jedoch in meinem Bericht vorwiegend von Panzerkämpfen als Kommandant und Zugführer schreiben möchte will ich auf Einzelheiten des Kampfes in Polen und Frankreich nicht eingehen, deren hier kämpfte ich vorwiegend als Kratmelder wenn man diese Tätigkeit überhaupt als Kampf bezeichnen will. Nach dem Durchbruch durch die Deilstellung erhielt ich als Untervizier das EK2 und kann heute sagen, dass es für mich die Auszeichnung war über die ich mich am meisten gefreut habe. Es hatte ja wohl damals 1940 auch niemand an höhere Auszeichnung gedacht, denn jeder glaubte der Krieg sei in wenigen Wochen endgültig zu Ende. So wienerten die Lanzer schon nach der Kapillation in Frankreich die Stiefel, unsere Panzer wurden nach Paris abkommandiert wo sie schon zackig für die große Siegesparade übten. Dieser Sieg sollte den ewigen Frieden über Europa bringen und über die Welt. Doch es kam anders und wir hatte damals gedacht, dass wir nach vier Jahren immer noch kämpfen würden und dass unsere Städte in der Heimat in Schutt und Asche liegen würden. Wir glaubten vielmehr, dass die Kameraden die noch kurz vor der Kapitulation südlich von Lyon fielen die letzten gewesen wären. Und gerade sie kamen uns immer besonders in den Sinn und wir dachten an ihre Angehörigen, die sich bei der Benachrichtigung die Frage stellen mussten, warum musste es gerade unser Junge mein Mann sein, der in letzter Minute noch fallen musste. Aber das Schicksal fragte nicht, wer der erste und wer der letzte in der Reihe ist und keine Mutter, keine Frau ahnte damals, dass nicht ihr Sohn der Mann der letzte war, sondern dass in den folgenden Jahren noch Millionen von Männern und Söhnen folgen sollten. Heute ist doch wohl einmal die Frage erlaubt, was geschehen wäre, wenn England damals Friedensverhandlungen zugesagt hätte und wenn es zum Friedensschluss gekommen wäre. Wäre es nicht auch für England trotz aller Niederlagen damals 1940 im Vergleich zu dem, was nachher gekommen ist, mit all dem Leid, den Zerstörungen und dem Blutzoll ein Sieg gewesen? Hätte Hitler die Welt weiter unterjocht oder erobern wollen oder hätte sich nach Friedensschluss mit England mit dem Erreichen zufrieden gegeben? Wer aber gibt dem Soldaten hierauf die richtige Antwort? Die Frage bleibt offen und jeder Soldat, der nachher den Krieg bis zum bitteren Ende auskosten musste, wird mit ihr alleine fertig werden müssen. Russlandfeldzug Für die 35er begann am 26. Juni 1941 südlich Brest-Litovsk, geendet hat er im Raum Danzig am 8. Mai 1945. Es war ein langer, harter Weg, der uns bis vor die Tore von Moskau und vor Stalingrad führte und von dort wieder zurück bis auf die Näherung. Die ruhmreichen Schlachten und Gefechte des Regiments sind hinreichend bekannt und von anderer Stelle gebührend gewürdigt worden. Jeder Angehörige des Regimentes hat diesen langen Weg durch Russland aus anderer Sicht, aus einem anderen Erleben und anderen Empfinden durchstehen müssen. So wird auch jeder, der über seinen Kampf bricht soll, ihn von seiner Warte aus schildern, die Erlebnisse mit seinen Augen betrachten. Der Divisionsgeneral sah den Kampf anders als der Regimentskommandeur, der Bataillonskommandeur oder Kompaniechef. Wieder anders saß der einzelne Panzermann, sei es als Kommandant oder Zugführer. Ich will daher versuchen, aus der Sicht eines Panzerkommandanten, eines Zugführers zu berichten, dabei nicht glorifizieren oder Anerkennung oder Bewunderung einhandeln, sondern ich möchte damit der heutigen Jugend die Wahrheit über die Leistung der Soldaten im letzten Kriege sagen und denjenigen entgegentreten, die es sich heutzutage zu leicht macht, indem er alles, was deutsch ist und war und insbesondere wer als Soldat durch besondere Leistung für sein Land hervortrat, ins schräge Licht stellt. Wenn es auch jene sind, die seinerzeit draußen im Feld immer dort waren, wo vorne hinten war, so finden sie heute allzu oft bei den Jungen oder bei der jungen Generation Gehör, weil jene, die den Kampf in seiner ganzen Härte erlebt haben und durchstehen mussten, bescheiden geschwiegen haben. Unsere junge Generation aber hat ein Recht darauf zu hören, wie es wirklich war und das kann sie nur von jenen erfahren, die den Krieg mit all seiner Furchtbarkeit und seinem Grauen in allen Phasen erlebt haben. Der Weg der uns tief nach Russland hineinführt und wieder zurück ist gezeichnet von Blut und Tränen, von Schweiß und Entbehrung, von Kriegsgräbern, mit und ohne Hügel, mit und ohne Namen der Gefallenen, von Heldentaten ohnegleichen beider Parteien, denn auch der russische Soldat kämpfte tapfer, zäh und verbissen. Wer meint der Russe hätte nicht gekämpft oder nur, weil er angetrieben wurde, ist falsch unterrichtet, auch er schlug sich tapfer im Bewusstsein dies für sein Land tun zu müssen. Wer je aus allernächster Nähe einmal gehört und gesehen hat, wer eine russische Panzerbesatzung bis zur Aussichtslosigkeit in ihrem abgeschossenen Panzer ausharrte und beim Sprengen des Panzers durch deutsche Soldaten mit einem dreifachen Ruf, URÄ, 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 durch einen Pistolenschuss selbst Schluss machte, der wird anders über die russischen Soldaten denken. Auch diese hatte zu Hause eine Mutter, eine Frau mit Kindern, die sich um ihn Sorgen machten und auch er liebte das, was einem deutschen Soldaten lieb war. Also war auch ihm das Sterben nicht leicht gemacht, aber er verstand es auch ritterlich zu sterben und wir hatten es umso schwerer, einen solchen Krieger zu besiegen. Aber dennoch konnte der deutsche Soldat dem Russen Jahre hindurch siegreich gegenüberstehen und keine Platz 6, keine Himmelstoß konnten solche Siege erringen, sondern nur Soldaten, die ein starkes Herz hatten, die Vertrauen auf Gegenseitigkeit aufbauten und die vor allem auf eine Führung blicken konnten, die auch zu jeder Stunde zu ihren Männern stand und sie nicht verließ. Wenn heute jemand behauptet, die Führung hätte die Männer verlassen oder verraten, so kann ich von meiner Sicht aus sagen, dass dies eine Lüge ist. Wer so viel vorne war wie ich, konnte sehen, dass unsere Kommandeure stets dort waren, wo sie am zweckmäßigsten führen konnten und dies war in der Regel von vorn. Es fielen nicht tausende von Regiments- und Bataillonskommandeuren und auch viele Generäle, weil sie hinten waren, sondern weil sie mit ihren Männern vorne vorbildlich kämpften. Sie verstanden nicht nur vorzuleben, sondern auch vorzusterben. Ich habe keine Veranlassung mein Ritterkreuz zu verteidigen. Ich will nur der jungen Generation die Wahrheit damit sagen, denn fast täglich, wo ich an der Front stand, waren auch die Kommandeure und Befehlshaber zu sehen. Vor allem dann, wenn es ziemlich brenzlig war. Ich denke hier besonders an General Guderian im Raum von Orel, an General Eberbach, der stets vorne zu finden war und mitunter gar so weit, dass wir, die wir uns vorne glaubten, schon wieder hinten waren. Besonders denke ich hier auch an General von Saucken, der gerade im Raum Danzig bis zum Schluss ausharrte und sind vorderster Regelstellung Mut zum Durchhalten zusprach und der in seinem VW-Schwimmwagen überall dort war, wo es zu helfen galt. Ihm verdanken hunderttausende von ostpreußischen Frauen und Kindern heute noch, dass sie damals durch die tapfere Haltung des Generals von Saucken nicht in die Hände der Russen kamen und dass auch noch tausende von Soldaten die rettenden Schiffe nach Westen erreichen konnten, während er bis zum Schluss an der Ernährungsfront blieb, die Rettung durch ein Flugzeug ausschlug, sondern diese noch mit Verwundeten beladen ließ, ging er dann mit dem Rest der deutschen Truppen in russische Gefangenschaft, wo er bis 1956 ein Leid ohnegleichen stellvertretend für uns ertragen musste. Ich selbst wurde in all meinen Einzelkämpfen, die ich später schildern will, vom Vertrauen zur Führung und zu meiner Besatzung gestärkt. Weil ich wusste, dass Führung und Besatzung mich niemals im Stich lassen würden, weil gleichsam einer für den anderen eintrat, konnte ich im Panzer diese Erfolge erringen. Zunächst möchte ich aber jenen Männern, an die bei Kampferfolgen meistens wenig oder zu wenig gedacht wurde, ein Denkmal setzen. Es war die Panzerbesatzung, die unten im Kampfraum saß, auf den Kommandanten Vertraute und Befehle im härtesten Kampf ausführte, ohne im Einzelnen sehen zu können, was da draußen geschah, denn sie hatten ja zu wenig Sicht. Welchen seelischen und körperlichen Belastungen war doch so eine Panzerbesatzung im Kampf ausgesetzt. Da war die große Hitze, da war das Kampfgetöse, da waren die Schreie verwundeter Soldaten, von denen sie nur etwas hörten und dann vor allem die seelische Anspannung, zu warten, bis es auch selbst eintraf, ohne zu sehen, woher das Geschoss kam. Wer jemals an einem heißen Sommertag nach stundenlangen Kämpfen auf den Fahrersitz im Panzer geklettert wäre, dort die ausstrahlende Hitze vom daneben liegenden Schaltgetriebe verspürt hätte, wer sich einmal im Kampfraum selbst für eine kurze Zeit aufgehalten hätte, nachdem der Panzer seine sämtlichen Granaten verschossen hatte, oder wer überhaupt einmal die Abschüsse der Kanone im Panzer hätte ertragen müssen, der würde es wissen, was ein Panzermann so während eines langen Kampftages hatte aushalten und durchstehen müssen. Ich denke auch an die schwere körperliche Arbeit, z.B. beim wiederflottmachen eines im Sumpf und Schlamm versackten Panzers, oder an das Bergen und Wiederauflegen einer heruntergesprungenen Panzerkette, die tief im Dreck liegen blieb, bei einem Eingewicht von ca. 8 Zentnern und dazu noch alles unter Feindbeschuss. Nach so einer Bergung waren die Panzermänner fast am Ende ihrer Kräfte, aber der Feind fragte nicht danach und der Kampf wurde weitergeführt. Wenn es Nacht wurde und man Glück hatte auf Sicherung zu stehen, da hätte man stehend freihändig einschlafen können, doch dazu war keine Zeit. Da war Munition zu schleppen, war aufzutanken, wobei die Kanister oft hunderte von Metern herangeschleppt werden mussten und dabei war zu sichern, wobei mindestens zwei Mann auf dem Panzer beobachten mussten, um nicht vom Gegner überrumpelt zu werden. Ich selbst hatte, damit ich nachts beim Sichern nicht einschlief, mein eigenes Prinzip, mich in der Kommandantenluke wach zu halten. Wenn ich merkte, dass mir die Augen zu fielen, fing ich an der Reihe nach in meine 10 Finger zu beißen und zwar so heftig, dass ich allein vor Schmerzen wach bleiben musste. Hatte ich alle 10 Finger durch, fing ich von neuem an zu beißen. Vielleicht klingt dies ein wenig aufgetragen, doch es war nur so möglich die Übermüdung zu überwinden. Denn wehe wenn vorne des Nachts die Sicherung im Panzer einschlief. Es wäre ihr und der ruhenden Truppe nicht gut bekommen. Ich kann mich noch gut erinnern, es war in der Nacht als wir Dimitrovsk eingenommen hatten und auf der Sicherung am Stadtrand urplötzlich von russischen Reitern überrascht wurden. Sie kamen wie Lützos wilde verwegende Jagd, schossen mit ihren Maschinenpistolen über unsere Köpfe hinweg und hätten uns sicherlich, wenn wir nicht wachsam gewesen wären und sie ebenfalls mit einigen Stößen aus unseren Maschinenpistolen geärgert hätten, einzeln aus dem Panzer geholt. Wem aber war auch schon von der nachfolgenden Truppe bekannt, was die Panzermänner bei ihren schnellen Vorstößen am Tage und nach einer durchwachten Nacht alles hatten durchstehen müssen, wenn es am nächsten Tage weiter ging. Da war vorher eine Stadt gefallen, war ein entscheidender Durchbruch erzielt, wurde Gelände gewonnen und was nachkam sagte freudig, hier haben wir die Panzer ganze Arbeit geleistet. Welche Arbeit es aber war, wie aufreibend sie war, sahen sie nicht. Es war also nicht so leicht zu Erfolgen zu kommen und auch hier haben die Götter den Schweiß und den Blutzoll vor den Erfolg gesetzt. Auf den Rollbahnen zwischen Danzig und Moskau lagen etwa 75 Panzer, die ich mit meiner Besatzung aus verschiedenen Panzern abgeschossen habe. Anfang März 1945 brachte der Deutsche Rundfunk, dass ein Oberfeld wie Bix in einem Panzerregiment im Raume von Danzig seinen 75. Panzer abgeschossen hat. Auch war mehrfach im Danziger Vorposten über Panzerknacker Bix und seine Abschüsse in den Märzwochen 1945 kurz vor Schluss zu lesen. Wir freuten uns alle und jeder der irgendwann einmal mit mir im Panzer mitkämpfte durfte sich für sein tapferes Mitwirken damals mit einreihen. Ein jeder erinnerte sich von selbst wann und wo er mitgeknackt hatte und welcher Anteil ihm beim Knacken zugefallen war. Ich bin nicht mehr in der Lage all die Männer zu nennen, die irgendwann einmal mit mir im Panzer saßen, da ich zu oft Panzer und damit Besatzung wechseln musste, da man ja beim Ausfall seines Wagens die Besatzung des neuen Panzers mit übernahmen. Deshalb kann ich bei den Gefechtsberichten nicht die Namen der Besatzung für die jeweiligen Situation nennen. Soweit die Kameraden aber noch leben und ich hoffe es leben noch viele werden sich beim Lesen dieser Zeilen selbst wiederfinden in ihrem jeweiligen Panzer und können sagen ja da war ich dabei. Aus einer noch in meinem Besitz befindlichen Kompanieliste kann ich aber noch eine große Anzahl von Namen wiederfinden von denen ich weiß, dass sie irgendwann einmal mit mir zusammen im Panzer saßen oder in meinem Zug tapfer mitstritten. An sie denke ich besonders wenn ich diese Zeilen schreibe, denn sie haben alle Anteil an den 75. Am 22. März 1945 wurde mir morgens befohlen einmal einen Tag auszuspannen und mich im Kompaniegefechtsstand aufzuhalten. Dieser war hart am Stadtrand von Danzig und die Stadt war gerade gefallen. Was sollte das bedeuten? Wollte man mich schonen oder hatte man für mich einen Sonderauftrag im Sinn? Am späten Abend kam Hauptmann Kästner der letzte Abteilungskommandeur, Oberleutnant Griegert, Leutnant Findelmann und ein Abteilungsoffizier und dazu Leutnant Tautorus im Gefechtsstand zusammen. Mit noch einem anderen Unteroffizier, die ihre Panzer bereits verloren hatten und frei waren, saßen wir zusammen in einem kleinen Raum eines noch nicht zusammengeschossenen Hauses. Es wurde eine Runde Kognak eingeschenkt und ich wusste immer noch nicht, was dies zu bedeuten hatte. Dann jedoch überreichte mir Kästner mit einigen schlichten und herzlichen Worten das Ritterkreuz. Es war eine vollkommen gelungene Überraschung, die natürlich beabsichtigt war. Später sagte mir Kästner, dass er auf alle Fälle erreichen wollte, mir das Ritterkreuz noch Leben zu überreichen, denn in diesen Tagen musste man ständig damit rechnen abberufen zu werden, deshalb der Ruhetag. So hatte ich, der Oberfeldhebel aus dem kleinen schlesischen Dorf, eine der höchsten Auszeichnungen erhalten, die es für eine Unteroffizier im Kriege geben konnte. Als die kleine Feier vorüber war und ich einmal in Ruhe schlafen gehen konnte, sogar außerhalb des Panzers, kamen mir so manche Gedanken in den Sinn. Was würde jetzt meine Mutter sagen, wenn sie dieses im Radio hören würde, was meine Nachbarn, meine ehemaligen Lehrer und meine alten Schulkameraden. Aber zu dieser Zeit war meine Mutter schon irgendwo unterwegs im großen Dreck nach Westen, wie auch alle anderen Dorfbewohner, die sich sicherlich gefreut hätten, wenn sie diese Nachricht im Rundfunk gehört hätten, dass einer aus Strelitz mit einer so hohen Auszeichnung geehrt wurde. Kurze Zeit später erwischte ich eine Armeezeitung, in der die Verleihung des Ritterkreuzes nochmals veröffentlicht wurde unter Hervorhebung der Abschlusserfolge an Feindpanzern. Nun durch diese Meldung, die ja sozusagen von außen kam, las ich einmal was ich bisher dem Russen angetan hatte. Aber eines ist mir dabei nicht klar geworden. Warum stellte man nur immer die Panzerabschüsse so heraus und dies bei solchen Meldungen noch wesentlich schwerwiegende Erfolge unberücksichtigt? War es denn nicht ein großer Erfolg und für die nachfolgenden Grenadiere von ausschlaggebender Bedeutung, wenn man ihnen vor ihrer Nase erst einige Scharfschützennester, einige MG-Stellung oder Pax-Stellung ausgeräuchert oder vernichtet hatte? Ich weiß, dass ich einmal bei einem Überrumpelungsangriff 24 Pax in kurzer Zeit vernichtet hatte. Wehe, wenn die nachfolgenden Panzer in breiter Front auf diese Feindstellung gestoßen wären oder die Grenadiere hätten sich von einer solchen Stellung überraschen lassen. Natürlich versuchte ich mir einmal klar zu machen, wie es aussähe, wenn 75 Panzer in einer Reihe aufmarschieren würden oder alle die Panzer auf einem Sammelplatz fahren und in Flammen aufgehen ließe. So konnte ich mir innerlich ein Bild von dem großen Materialverlust des Gegners machen. Aber es kam mir auch in den Sinn wie viele Kampfeinsätze hinter uns lagen und wer von den Besatzungen dabei nicht mehr zurückkehrte bzw. verwundet wurde. Und hier kann ich mit einer gewissen Erleichterung feststellen, dass es nicht viele waren die bei all meinen Einsätzen verwundet wurden und dass es nur einer war der in meinem Panzer fiel. Es war der gefreite Schädelbauer, der kurz vorher vom Ersatztruppenteil nach draußen kam. Er fuhr bei mir im Panzer nur eine Nacht und erlebte den nächsten Tag nur bis kurz vor Mittag. Dann wurden wir von schwerer Artillerie und von Stalienorgeln schwersten Kalibers eingedeckt. Die Stellung in der ich mich befand musste auf alle Fälle gehalten werden und im Raume von Präkulen, sonst wäre ein Durchbruch bis nach Liebbau fällig gewesen. Nach längerem Aushauen bekamen wir einen Stalienorgel Volltreffer und gerade den Fahrer traf es. Neben seinem Sitz wurde in die Seitenwand ein großes Loch gerissen. Gefreiter Schädelbauer war sofort tot, ich bekam eine Gehirnerschütterung während die übrigen Männer mit dem Schrecken und heftigen Ohrensausen davon kamen. Dann war es noch der Gefreite Dedekind, der in meinem Panzer bei Einbruch in die HKL durch Packtreffer einen Arm verlor, während ich mit einigen Splitterverletzungen an Hüfte und Oberschenkel davon kam und die übrige Besatzung unverletzt blieb vom Schrecken abgesehen. Diese geringen Verluste gaben mir die Genugtuung nicht sinnlos drauf losgestürmt zu sein ohne Rücksicht auf die Besatzung nur um des Erfolges willen. Dem Kameraden Dedekind, der hoffentlich noch leben wird, gelten meine ganzen Wünsche. Die Angehörigen von Schädelbauer haben ein ganzes Mitgefühl. Die Angehörigen von Schädelbauer haben ein ganzes Mitgefühl, der sie sich selbst auf die Ausstellung der Böcke verwendet. Also, der mit einem Schädelbauer der Böcke ist, die Angehörigen von Schädelbauer haben ein ganzes Mitgefühl, der ein ganzes Mitgefühl mit einer Schädelbauer haben also gehört. Und das ist das, was wir haben eine Begrüßung, die Angehörigen von Schädelbauer haben. Die Angehörigen von Schädelbauer haben